Und ein herzliches Willkommen zurück zu WagonNest Ja, das ist aber jetzt wirklich die letzte Folge, da sind wir nämlich Level 19 Und dann noch ein Level und dann machen wir ein bisschen Pause mit dem Let's Play Ähm, gut, wir treten Es war egal ob es eine Aufgabe ist, ich meine Aufgabe und dann sind wir Level 19 Die kommen nicht langsam Die kommen nicht wirklich langsam an der Letzte und ich ran kann schonmal Wada, da hat mich jetzt nicht so viel an Okay Was ist hier noch Schätze? Okay Alter, immer werde ich unterbrochen, weißt du das? Boah, jetzt haben wir nicht mehr Schon weitaus weniger geworden Ich muss jetzt mal heilen, da habe ich auch nicht mehr viele von Ich muss jetzt mal heilen, da habe ich auch nicht mehr viele von Was stecke ich schon immer hinter mir, ich gehe nicht mehr hinter mir Ich gehe nicht mehr hinter mir Das Aber noch immer So Das Tor-Ehm-Ding, ja fang schlau Okay. Gut. Weiter geht's. Oh, wie soll ich so gut. Wo sind die hier noch Manza jetzt? Da hin. Ah, ich finde ja so viele. So, jetzt gehen wir nochmal. Oh, jetzt geht's. Es geht's. Ich bin jetzt hier noch. Oh, jetzt geht's. Mann, mach doch mal was. Okay, die ist tot. Also der Interessent Bazaar zwischen Monster und der ist irgendwie härter hier. All right, Lovertold. Endlich. Okay. Hä? Oh, Nürz, wir wollten den Tafel. Räuch! Erich! 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 Sieg. Erich! 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 Dock und reich! Okay. Also. Na halt, was? Was kann man... ... mal mit tun? Was? Man, wir haben... Äh... Mal gucken. Täubung in die... ... kann man weg tun. Okay. Ja, ist klar. Et lining? Uh.... 9004 De- De- Intimator Okay. Scheiße. Scheiße, ist da immer noch nicht vorbei. Scheiße. Ach, scheiße. Wie viel wollen denn hier noch? Kamelie. Ach. Ach. Okay. Sehr gut. So, ist auch gut. Und weiter. Ach nee, Entschuldigung. Basta. Ach. 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 Ich bin jetzt wieder paralysiert. Oh, ich kriege Dauerschaden. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich paralysieren. Ich kann mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Okay. Okay. Na gut, jetzt geht's im Endeffekt. Okay. Zum letzten Gebiet. Ach, schon wieder. Und nicht mal verdammtes. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. nur ein und jetzt einfach und level 19 n nix oh man Oh mein Gott, oh Come on Oh, are you mine? Ehm... Ne... We're sorry. Hi? Maybe. Uh... I need all of these. Okay. I need some of these. Right from the... ...for the place. So... Okay. Schade. Ah, and one. Crystal Strömung. Okay. Oh, now we're at level 19. Okay. Damn, I know. Ehm... ...Frieger. Oh, that's why we're at level 20. Okay. Hmm... To be stopped, this thing is, it's beautiful. When you're at level 20, you can come. It's all Capex, as you've got to do with this. There's nothing. By the way, it doesn't matter. Like you're on the spot. If you're at this point, you're at level 20. Oh, you're at level 20. Does it matter? With this point in as you're at level 20. You're at the level 20. You're at level 20... You're at level 40, you're at level 20. You're at level 20. Dann werde ich noch alles verkaufen und auf die Ablage tun, dann mache ich noch eine Erfolge hier. Dann mache ich auch Schluss. Dann ist es noch ein Level. Machen wir mal eine P-Pause. 1-2 Wochen natürlich. Nur oder? Ich werde früher nicht Bescheid geben, dass es gar nicht mehr kommt. Könnte auch sein. Aber naja, mal schauen. Ich warte jetzt mal ein bisschen. Oh, ich kann mich nicht mehr auf. So, ich weiß nicht, wie gut sie sind. Einfach mal da drauf. Ich müsste immer mal wieder ein bisschen Gold auf die Ablage haben. Ich immer mal wieder was habe. Also, wenn ich immer mal wieder Geld im Hintergrund noch habe. Das heißt, wer das Geld hier leer geben wird, habe ich noch ein bisschen Gold hinaus. Ich habe nichts, was ich aber abhalten will. Ich glaube, hier und hier. Ich habe noch ein Stück. Ich habe noch ein Stück. Komm. Oh. Oh, jetzt muss ich noch gucken. Ich kann mich nicht mehr auf jeden Fall kaufen. Ich kann mich nicht mehr auf jeden Fall kaufen. Ich kann mich nicht mehr auf jeden Fall gucken. Ich kann mich nicht mehr auf jeden Fall gucken. So, jetzt auf jeden Fall gehen. Jetzt ist ich mir noch eine gute Idee, oder nicht? Was? Das brauche ich nicht mehr irgendwie auch nicht. Und ich schließen. Ich muss aber nicht mehr auf jeden Fall schauen. Das brauche ich eh nicht. Oder vielleicht? Oh, Treffer-Auerung. Da haben wir noch ein paar Ringer Hä? Mein Gott Ah ok Ne, lass mal Verkauft werden Ist jetzt noch was Wichtiges Ich finde was sonst Die ganzen Ringe und so Das gibt immer noch viel besser Sinn Äh, weh lernt sich das Nehmung und Stärke Ne, ist kein Problem Hm Ne, ist kein Problem Was kann ich für dich, junger Adventurer? Brauche ich noch was? Kann ich alles brauchen, wenn ich Geld für Ordentlich Verleichter Vereins 10 Silber Das ist schon viel Na, ich weiß nicht was ich nehmen soll So machen die Kannst Den Geist Der Anderswelt spüren Der Hund Was weiß ich nicht? Keine Ahnung Krass Die Fragmente kann ich verkaufen Wertlos Der hat noch Der hat noch Der hat noch Aber ein Gold Okay Der hat noch Der hat noch Der hat noch Der hat noch Ein Gold, ne? Schlüssel der Dimensionstruhe Nachdem du im Dungeon ganzes Molen abgeschossen hast, kannst du mit diesem Schlüssel die Truhe des Dimensionshäschen öffnen Achso Keine Wut brauchen ja Verkaufen Verkaufen Oh verkaufen Gehre Liste verkaufen So 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 ' Hmm... Alles klar. Weiß Bescheid. Okay, kann ich mal machen, doch. Na gut, dann mache ich jetzt hier mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.